herzlich willkommen und ein herzliches moin an alle zuschauer willkommen auf meinem youtube kanal heute habt ihr es am titel schon gesehen soll es um die frage gehen ein funkgerät immer dabei haben ist das möglich ja oder nein und grüße gehen gehen raus an den holger mit dem ich ja jetzt letztens auf funk das vergnügen hatte und wir angerichtet diskutiert haben ob man ein funkgerät immer dabei haben kann oder nicht und meine meinung ist ja und warum zeige ich euch gleich den rucksack kennt ihr schon hat man ja immer mal dabei oder ich habe ihn ganz oft dabei hier drin ist das täschchen um das ist heute gehen soll die sie wie sie der ein oder andere aus der prepper szene wird jetzt genau wissen worum es geht für die dies nicht wissen die sie steht für everyday carry bedeutet so viel wie immer dabei haben und bei mir ist es so dass ich dieses kleine täschchen das ist ja nun neben täschchen angelehnt an etwas was viel mehr geld kostet vom expedition aus amazonshop erfüllt für mich vollkommen den sinn es ist dafür darum halt immer so ein paar sachen dabei zu haben die man immer dabei haben möchte und nicht lange schnacken reingucken angesagt ich mache es mal auf nach hier draußen wieder natürlich der scheiße magnet ein kleiner kleiner patch um das ganze persönlich zu machen und dann mache ich mal mein täschchen auf und ihr seht schon alles relativ gut organisiert das ist jetzt übrigens nicht extra fürs video zurecht gepackt sondern wirklich jetzt live daraus geholt so fliegt das bei mir immer mit rum es gibt so sachen die man halt immer braucht und ich habe für mich entschieden dass ich das alles in so ein kleines organizer täschchen packe so dass ich das immer da wirklich bei haben kann und ihr seht schon grün ist eine farbe die ich toll finde deswegen ist jetzt hier auch alles hauptsächlich in grün gehalten ja ganz klassisch was habe ich dabei ein feuerzeug das ist nie verkehrt ich selber mache auch gerne mal schmück dementsprechend ist ein reservefeuerzeug nie weg kugelschreiber aufschreiben geht auch immer muss man auch immer und es ist tatsächlich so wenn man ihn dann wirklich mal braucht ist der den man eigentlich nutzt doch meistens leer deswegen habe ich mich dafür entschieden auch immer zusätzlich einen dabei zu haben der einfach immer in diesem täschchen drin ist eine taschenlampe habe ich auch dabei sehr hell wie ich finde dafür dass sie so kleines funktioniert mit einer doppel a batterie ist jetzt hier in diesem fall von olight ich muss selber gerade lesen die 5 t eos glaube ich steht da drauf habe ich mir aus dem selbe mal geholt als das teil halt entsprechend günstig war dann ein multitool wingman heißt das gute teil von lezerman auch nicht verkehrt unter anderem eine zange mit drin wenn man mal was festhalten muss schraubendreher messer flaschenöffner das klassische halt multitool ausstattungs gedöhnt und auch nicht unbedingt unwichtig ein usb stick der hängt hier oben daten heutzutage werden ja immer wichtiger und so habe ich halt immer die möglichkeit mir auch mal daten da wegzuholen wo ich sie haben möchte ein zwei sachen die mir sehr wichtig sind sind natürlich auch noch mit drauf so dass ich sie immer dabei habe brauche ich tatsächlich recht häufig den usb stick dann habe ich hier drin noch der situation geschuldet natürlich einen mundschutz da leben wir jetzt schon ja mit und trotzdem erwische ich mich dabei dass ich dann doch mal nicht hinkriegt den mit zu haben das ist dann sehr ärgerlich wenn man dann irgendwo vom einkaufsladen von der tankstelle steht und dann doch mal schnell rein möchte und ich weiß woher so ist er immer dabei kam bisher einmal zum einsatz für ich will nicht lügen eine halbe minute weil ich bei der tankstelle zahlen wollte uns irgendwie verpasst hatte mir wieder meinen in die jacke zu tun deswegen immer einer auf reserve mit am start ein bisschen erste hilfe material tabletten gegen übelkeit gegen schmerzen gegen durchfall das was man halt nicht plant was aber doch immer mal wieder kommt und auf der rückseite seht ihr hier und schnell verbände bzw umgangssprachlich ja das pflaster ich habe hier noch so kleine steric strips nennen sie sich streifen um halt auch mal etwas größere wunde zu zu machen passt ganz gut damit rein und kommt auch schon ab und zu mal zum einsatz nicht so häufig zum glück toll 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 aber dabei haben ist immer besser als brauchen deswegen das damit drin ja und jetzt kommen wir zu dem worum es eigentlich geht zusätzlich zudem habe ich nämlich noch ein funkgerät dabei und dieses funkgerät ich hol es hier mal raus ist ein amateur funkgerät und es ist so ich habe mich unter einem der letzten videos ja schon geoutet ich habe natürlich nicht nur den cb funk für mich entdeckt sondern auch seit ich meine 2004 die die lizenz damals als klasse 3 noch gemacht und kann so am amateur funkdienst teilnehmen und ich habe tatsächlich ein kleines funkgerät dabei zusätzlich noch ein bisschen zubehör für dieses funkgerät ich glaube das war es jetzt ja mehr ist es nicht reicht auch eigentlich alles in diesem täschchen die sachen könnt ihr auf 500 anderen kanälen euch hier anschauen auch wie man so ein täschchen packen kann am besten da sind viele leute auch der prepper szene sehr aktiv einfach mal schauen eingeben die sie oben in die suche und ihr werdet viel finden darum soll es jetzt auch nicht gehen sondern hier oben und zwar mein edc funkgerät nun ist es so dass ich lange gesucht habe und irgendwie nicht das passende gefunden habe und ein handfunkgerät einfach so einen rucksack zu tun das war mir eigentlich auch immer zu schade um die schönen geräte ich habe auch noch ein etwas anderes größeres von ja eh so in diesem fall das ja eh so vx1 ich hole es mal hier aus der schutztasche raus ist in meinen augen tatsächlich eins der best geeignetsten geräte als edc funkgerät als wirklich immer dabei haben funkgerät und ihr seht auch glaube ich schon warum die größe macht das gerät ist wirklich nicht viel größer ich hole mir mal eben kurz das laser man wingman wieder mal dazu von der länge her seht ihr schon mit einer kurzen stummel antenne ist es nicht irgendwie also mal minimal länger als als der wingman hier und wenn man von der seite schaut auch nicht so viel breiter der gürtel clip hier hinten macht also es ist wirklich sehr sehr kompakt das ist ein zwei meter und 70 cm amateur funkgerät und es kann halt unheimlich viel empfangen so hat man einen empfänger der fast durchgängig durch die ganzen bänder die spannend sind geht unter anderem auch ein radio empfänger und das ist einer der gründe warum ich gesagt habe das immer dabei haben ist gar nicht so verkehrt auch unter dem gedanken wenn ich mal schnell radio hören will habe ich so die möglichkeit und mit dieser kleinen stummel antenne hier oben drauf geht das wunderbar das heißt wenn ich das gerät aufs radioband schalte kann ich damit ganz normale radiosendung hören für das 2 meter und 70 zentimeter band zum senden müssen wir ehrlich sagen ist die antenne er so semi gut da muss man schon neben dem relais stehen oder dicht an dem mit dem man sprechen möchte das ist ein behelfter das ist ja nichts besseres heißt ich glaube ein test widerstand fast schon da wird man nichts nicht viel mit auf der anderen seite als reine empfangs antenne und damit überhaupt eine antenne dauerhaft drauf ist hundertprozentig geeignet ich habe allerdings auch noch die original antenne dabei macht diese hier mal ab da ist das gute stück übrigens von diamond halten wir irgendwo in dem funkshop gekauft die original antenne baue ich mal kurz drauf und dann hat man schon muss ich behaupten also ich habe es getestet wirklich guten empfang eigentlich dafür dass das nur so eine ganz kleine antenne ist ein ganz kleines gerät ist also es verschwindet fast in der hand wenn man sich das anschaut das hat man irgendwo in der hand das ist ja fast weg wenn man sie in die hand nimmt zusätzlich habe ich zu dem funkgerät und der antenne hier oben natürlich noch so ein band um es halt entsprechend auch mal am handgelenk zu befestigen falls man dann doch man nebenbei was anderes macht oder auch irgendwo durchzuschlaufen wenn man jetzt radio hört bei irgendwelchen aktionen aktivitäten und ich persönlich habe das ganze dann erweitert einmal um einen batterieträger anstelle des internen akkus und ein usb ladegerät usb ladegerät heutzutage sei es die power bank sei es in den meisten autos mittlerweile oder halt aber auch das normale steckernetzteil was man auf der arbeit oder beim bekannten und freundeskreis immer findet egal ob funker oder nicht gar nicht so verkehrt man kann hiermit das gerät entsprechend laden und auch betreiben sogar steckt man rein und hat die möglichkeit jetzt an jeglichen usb anschluss zu gehen funktioniert auch sehr gut nutze ich auch das eine oder andere mal tatsächlich dann auch um das gerät wieder aufzuladen und deswegen den batterieträger ist es so dass ich das test nicht ständig aufmache sondern das wird halt aufgemacht wenn es gebraucht wird und das kann mitunter auch mal zwei wochen dauern bis man wieder was haben muss und falls dann doch mal der interne akku und lithium-ion akku mit gemeine 700 milliampere falls der dann doch mal leer ist habe ich die möglichkeit jeglichen 1,5 volt doppel a bei jeglicher 1,5 volt doppel a batterie die es so gibt in den entsprechenden träger zu packen das ganze ins gerät zu stecken und dann halt doch noch irgendwie in der lage zu sein funk betrieb zu machen und radio zu hören deswegen habe ich das immer dabei also deswegen habe ich dieses gerät immer dabei und diesen träger also meine meinung ist mit dem setup ist man im 2 meter und 70 cm bereich gerade in ballungsräumen schnell qav kann sich mit den funk kollegen unterhalten an den ortsrunden teilen im relais funkbetrieb machen und hat halt wirklich immer ein funkgerät dabei klar mit 0,5 watt man ist damit jetzt nicht unbedingt der die stärkste station auf dem jeweiligen kanal bzw der jeweiligen frequenz aber man wird gehört und darum geht es letztendlich deswegen auch als notfall funk gerät als edc funk gerät halt immer dabei es fällt kaum auf es nimmt kaum platz und kaum gewicht weg und ist in meinen augen gerade für die prepper szene die die sich ein bisschen vorbereiten wollen die die auch so giermäßig unterwegs sind die die ziel irgendwas dabei haben wollen gar nicht so verkehrt es wird nicht mehr hergestellt man kann es nur noch gebraucht kaufen irgendwas zwischen 60 und 120 euro da wird man meistens fündig über die bucht hätte ich fast gesagt ebay ebay kleinanzeigen jegliche andere verkaufsportale die möglichkeit besteht das gerät frequenz mäßig zu erweitern dann ist es auch durchgängig im 2 meter bereich auf free netz zum beispiel sende fähig oder halt auch im bereich des pmr funks wobei wir machen uns da auch nichts vor dafür ist es nicht geeignet das soll man natürlich machen die frage ist wenn das gerät das natürlich kann und dann doch mal der tag der tage kommt man vielleicht doch schnell jemanden erreichen muss ja was macht man dann nutzt man es dann nicht oder doch also ich für meinen teil habe natürlich zig andere funk geräte und brauche es in dem bereich eigentlich nicht nutzen aber dieses gerät ist halt einfach immer mit im rucksack das heißt wenn es mal hart auf hart kommt könnte man es dafür natürlich auch benutzen also machbar wäre das deswegen in meinen augen ist der esu vx1 super geeignetes edc funk gerät das kann man wirklich immer dabei haben wenn man jetzt natürlich amateur funker beziehungsweise funk amateur ist und so hat man halt schnell die möglichkeit sich mit den funk kollegen zu unterhalten ja das wollte ich eigentlich nur zeigen grüße gehen raus an holger wenn er das jetzt sieht also es ist möglich in meinen augen ich erwarte natürlich eine video antwort falls das von dir dementiert wird nein spaß beiseite das ist halt tatsächlich einmal nur die kurze vorstellung es muss letztendlich jeder selber wissen das ist natürlich spielerei gerade wenn man den funk bereich ja wohlgesonnen gegenüber steht aber in meinen augen eine sinnvolle spielerei gerade auch der radio beziehungsweise ganz große empfangs bereich machen das ganze dann doch sehr interessant ja in diesem sinne wünsche ich euch allen dann viel spaß beim weitere videos anschauen gerne auch mal in der suche nach edc suchen da gibt es ganz tolle anregungen von ganz ganz tollen youtube kanälen da schaue ich natürlich auch immer fleißig zu einer der gründe warum ich auch selber ab und zu mein video jetzt raus hauen um einfach auch was wieder zu geben ich konsumiere seit jahren so hat man halt die chance auch mal ja sich zu revanchieren in diesem sinne macht's gut vielen dank für schauen und bis zum nächsten mal